Es ist kurz nach 21.30 Uhr am Samstagabend, als plötzlich mehrere Schüsse in diesem Wohnhaus fallen. Die 20-jährige Irene sackt blutüberströmt in sich zusammen und stirbt kurz darauf. Der Mord an der hübschen jungen Frau gibt weiterhin Rätsel auf. Der noch unbekannte Täter muss Irene kaltblütig im Stiegenhaus aufgelauert und sie dann regelrecht vor ihrer Wohnungstür hingerichtet haben. Zeugen für das Schussattentat selbst gibt es keine. Ersten Gerüchten zufolge soll Irene mit dem Drogenmilieu zu tun gehabt haben und bald als Kronzeugin in einem Drogenprozess aussagen. Ob es sich bei der Tat um einen Racheakt oder um eine Beziehungstat handelt, ist unklar. Derzeit sind die Ermittlungen beim Landeskriminalamt am Laufen. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Es gibt noch keine konkrete Stoßrichtung und auch kein konkretes Motiv. Der Ex-Freund der Verstorbenen macht auch gegenüber den Medien deutlich, dass er keine Schuld am gewaltvollen Tod von Irene habe. Laut seinen Aussagen gegenüber der Tageszeitung Österreich hat er mit der 20-Jährigen am Tatabend sogar noch geschrieben, bis plötzlich der Kontakt abbricht. Familie und Freunde müssen nun vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Obduktion des Opfers ergibt am Montag, dass die junge Frau innerlich verblutet ist. Weitere Details, etwa von wie vielen Projektilen die Frau getroffen wird, gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Im Zellersee tauchen am Montag Mitglieder des Einsatzkommandos Cobra nach der Tatwaffe. Bis dato ist die Schusswaffe nicht auffindbar. Die Polizei gibt am Montagabend eine erste mögliche Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit. Zeugen wollen einen Verdächtigen beim Verlassen des Hauses beobachtet haben. Der Mann soll schlank und etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug dunkle Kleidung und hatte eine Kapuze auf dem Kopf. Berichte über einen konkreten Verdächtigen werden von der Polizei jedoch nicht bestätigt.